So, meine lieben Freunde, und weiter geht's mit Uncharted 4, Kapitel 9. Wer würdig ist? Okay. Ja, gute Frage, wer ist würdig? Von hier kommen wir, ne? Oder? Nee. Wer kommt von da? Was ist das hier? Du willst uns nur Angst machen. Zum Glück sind wir knallharte Schatzsucher. Zum Glück. Äh, warte mal, Wasser hat als Antrieb, das haben wir doch schon gehabt, ne? Tio Siegel, was macht der in Schottland? Wer würdig ist denn, Herr Bart, das Paradies? Wer unwürdig ist, für den wird das Schicksal fies. Aha. Der hat seine Notiznummer, ne? So, haben wir hier irgendwas hier Feines? Nee, hier ist nix, ne? Oder? Ne, sieht aber jetzt nicht so aus. Ja, du. Ist das hier irgendwas? Zumindest mal gucken, ne? Ah, siehste. Aha. So, was noch mal, ihr Feines? Ein Schatz. Ist das das ein Pfeif, oder was? Ah, nee, nicht so old ist das, ne? Sonst irgendwas noch hier? Nee. Gut. Na, und hab die auch mit dir. Tio. Ich würd mal sagen, ne? Dann gehen wir mal rüber über die vertrauenswürdige Brücke. Na, springen, eher gesagt. Oh, 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 oh. Äh, langsam, Nate. Langsam. Oh, schon okay. Sie hält. Los. Ja, nur noch für kurze Zeit. Diese Brücken sind nicht vorschriftsmäßig gebaut. Aber klar doch. Piratenvorschrift. Nicht schlecht. Und zwar komme ich auf der anderen Seite auch rum. Ich meine, so ein bisschen heugierig sind wir ja schon. Nee, ich meine, wir wollen ja auch ein bisschen was sehen. Mhm. Okay, das war mal ein Weg. Oh, oh, Vorsicht, Vorsicht. Da sind mehr Steinbögen. Kann ich die eigentlich hinterschießen? Nö, anscheinend nicht, ne? Naja. Ich dachte gerade, da hinten blinkt irgendwas. Aber ich würde mir sagen, ich glaube, die hopp, dann weiter und weiter. Ab da rüber jetzt. Zack, zack, zack. Und zwar... Hier lang. Oh, oh. Ja. Okay, schafft. Lieg sie weg hier, bevor der mit hinten reinrutscht. Nass, komm schon jetzt. Ja, das glaube ich auch. Oh, denke ich zumindest mal. Ist sonst nix, ne? What? Hallo, ist hier irgendjemand? Nein? Oh, oh. So, was haben wir hier irgendwas noch? Ja, vor allem, dass die einfach mal so was bauen konnten, ne? Ist echt faszinierend, ne? Was die da so alles schaffen konnten. Ist nix, ne? Herrlich, ne? Für die Füße schuldig. Kaltes Bad mal. Noch ein Hebel. Ja, ich zieh nur schnell die... Hand. Ja. Oh. Ein ziemlich ausgetrügeltes Test. Prüfe? Ja. Und der Typ wird wohl nicht bestanden. Machen wir es besser. Ja, vor doch mal, ne? Da unten, da ist etwas. Ein Eimer. Ja. Okay. Aber ich gucke, ob du gerade ob hinter irgendwas ist. Na, ne. Okay. Okay. So. Da würde ich mal sagen, dann schauen wir uns den Eimer mal an, ne? Was jetzt? Na, ich würde nur sagen, wir machen mit dem Eimer das, was dafür... Oder wofür den Eimer normalerweise da ist. Wir füllen den mal mit Wasser. So. Wenn das geht. Ja. Wo wüsste? Komm schon, nimm ihn jetzt. Das Ding ist sogar noch dicht. Nach all den Jahrhunderten. Das will ich aber sehen. Mal sehen, wofür die Räder sind. Mhm. Okay. Ich glaube, ich weiß, was hier los ist. Meister. Hast du da was mit den drei Kreuzen? Ja. Das sind Jesus, unser guter Dieb Dismas und der böse Dieb Gästas. Hm. Dann ist das weiße Kreuz Dismas und das schwarze ist Gästas. Okay. Von links nach rechts. Oben nach unten. Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Heute wirst du mit mir ein Paradies sein. Cool. Ich hänge hier nur so rum. Viel Spaß, Leute. Hm. Mhm. Okay. Was ist es denn? Ja. Ja. Was ist denn? Pass mal auf, wir gucken mal hier gerade. Von oben. Von oben nach unten. Von links. Okay. Probieren wir mal den hier. Okay. So, 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 so. Von oben nach unten. Ich muss mal auf in die Nähe. Ist irgendwas da. Ah, alles. Hm. Na, was war's? Was ist das hier? Ähm. Warte mal, muss das hier vielleicht... Ah, hat er mal das große vielleicht nach oben? Äh, dann testen wir mal. Ja, komm her. So, wie kann ich das hier drinnen? Wo könnte der jetzt hingehen? Der ist ja hier, ne? Ja. Ja. So, okay. Und jetzt hindert ihr? So, wie kann ich den hier bewegen? Hm. Pass mal auf. Erst mal den hier nochmal. Und einfach mal so, dass er weg ist. So, jetzt dehnen jetzt hier. Hm. Hm. So, dann. So. Nee, 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 nee. Das ist noch nicht richtig. Das ist noch nicht richtig. Pass mal auf jetzt den nochmal. Nee, nee. Pass mal auf so. Von oben nach unten. Von links nach rechts. Kann man das ganz leicht so drehen. Hm. Ja, ich muss den jetzt hier. Nee, 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 wir schaffen das schon alleine, pass mal auf. So, hoffe ich doch. Geht das jetzt? Grön Hallo. Und? Hm. das muss das ja die hier sein hey oben hat sich fast bewegt als du den Eimer draufgestellt hast ein Kanal verläuft vom Mechanismus zur Tür okay einmal oben ist also gut lass ihn da ja bringen sie Kreuze ins Licht ja das haben wir doch von links nach rechts von oben nach unten ne 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 okay das muss es sein finden wir es raus wir ziehst du dann am Hebel ne na probieren wir es mal ne alter Junge sieht aber auch schon wieder den Stacheln da oben ne jetzt komm haben wir es Nathan sieh mal passt es ja geil ne okay siehst du kein Nate Gulasch kein Nate am Spieß wenn das also ein Test war was wurde dann genau getestet ein Eimer füllen man musste vom heiligen Dismas wissen über den Avery und seine Mannschaft bestimmt alles wussten kein alt so schwerer Test vielleicht ist das nicht der einzige oh Junge sieht aber schon geil aus ne so runter guckt hier wow sei vorsichtig ja ja mach schön langsam schön langsam ich bin so weit hier stehe sieh dir das an so hm so ich denke mal den Sprung in den Schöpfen mal wir machen das gleich mit dem Seil wir machen das gleich zumindest mal hinten gucken das können wir ja zumindest mal aber als nix ne so da haben wir ein Seil oh ja nur wohin ne ich dachte ich vielleicht oben festhalten aber war wohl nichts ja wir müssen bestimmt hoch zur kaputten Brücke gute Idee suchen wir einen Weg hoch ja also ähm ich hab da schon irgendwie was gefunden da müssen wir nur hier für hoch klar doch ich hab hier oben was für dich ich hab hier oben was für dich versuche mit der an die Haltegrippe in der Mauer da zu kommen oh ich hab auch was gefunden gute Idee ja ist da oben auch irgendwas ist das hier oben auch irgendwas? Das heißt, wenn wir da durchgehen, dann kommen wir wahrscheinlich da raus. Da könnte ich mich da runterlassen, ne? Muss ich mir die Stellen natürlich nur merken, ne? So, dann abtüren. Oh. Ach, die kann ich wieder hinschieben. Äh, wie bist du denn da bitte schon da rübergekommen? Ja, muss ich jetzt nicht verstehen, ne? Schieb da mal los, jetzt komm schon. Oh, die springen da immer noch rum, ne? So, also machen wir jetzt hier mal einen super duper Sprung von... Von wo? Von hier. Ja, was sagt's denn? Die machen es einem echt nicht leicht, oder? Es war bestimmt leichter, als die Rücken und Stege noch nicht kaputt waren. Wir sind wohl ein paar Jahrhunderte zu spät dran. Äh, wie komm ich jetzt hier? Wie bist du jetzt da hoch? Ah, da ist er hoch. So, wie jetzt sind wir hinter mir aus? Ist da irgendwas? Komme ich da irgendwie zurück, oder so? Ne, ne, da macht er keinen Sprung hin. Schade. Ne, da komm los hoch. Mal sehen, was hier drin ist. Ey, die Decke hier ist niedrig. Pass auf deinen... Au! Ja, ich pass auf meinen Au. Ach, echt jetzt? Ja. Da komm jetzt hier rein, los. Was? Soll ich langsamer machen? Ich bin direkt hinter dir. Hier lang. Ja, sofort, sofort, sofort. Ach, hier ist er ja. Ich sehe hier ein Licht. Ging es nicht auch hinten irgendwie lang, oder es ging jetzt nur einfach so rum? Du siehst ein Licht. Na gut, da brauchen wir ja. Dann glauben wir dem mal, dass du das Licht siehst. Oh, das ist logisch. Unter einer Kathedrale. Gibt es irgendwas vielleicht? Versteckt auch so? Ne. Mhm. Dann gucken wir mal hier, ne? So, wo sind wir jetzt? Sind wir jetzt hier irgendwo? Tja, dann geht, führt wohl doch nur einen Weg darüber, ne? Dann Platzbrüderchen, wo du runterfällst. Ich höre irgendwelche Stimmen. Hey, warte, warte. Hör mal. Keine neuen Punde zu melden. Was erwähnenswertes von den Schlafsälen? Nichts, abgesehen von ein paar Grabsteinen mit klugen Sprüchen. Und die Grabungen am Kapitelsaal? Abgeschlossen, Ma'am. Im Nordwesten haben wir auch alles aufgegraben. Was ist mit dem südlichen Gebiet? Noch nicht. Es dauert einen Tag, den Kran dahin zu schaffen. Nadine? Dann tun Sie das. Und fangen Sie schon mal ohne Kran an. Ich werde sofort ein paar Männer hinschicken. Gut. Rafe, hattest du Glück mit den Manuskripten? Können wir kurz reden? Machen Sie Meldung. Ja, Ma'am. Hast du gehört? Da ist ein kompletter Anbau unter der Kathedrale. Hab ich. Hast du ihn gesehen? Nein. Wieso? Weil nicht mehr viel übrig war, nachdem sie ihn entdeckt hatten. Meine Männer waren etwas unbekümmerlich mit dem Dynamit. Sie sind die hundert bewaffnete Elefanten im Porzellanladen. Aber sie haben in zwei Tagen größere Fortschritte gemacht als wir in Monaten. Fortschritte? Schutt bringt mir nichts. Okay. Okay. Danke. Ich sag Ihnen, sie sollen dich warnen, bevor sie den Vorschlaghammer rausholen. Oder sie halten sich zurück, bis ich die Hinweise untersucht habe, die sie noch nicht in die Luft gejagt haben. Nein. Wir können nicht noch länger untätig rumsitzen. Bei allem Respekt. Ich glaube, ich kenne mich in diesen Dingen etwas besser aus als du. Wir haben deine Art versucht. Blödsinn. Du wolltest hier alles von Anfang an platt machen. Nein! Ich wollte das Kreuz stehlen, lange bevor es in die Auktion gelangt ist. Die selbe Auktion, zu der ich meine Männer nicht mitnehmen durfte für den Fall der Fälle. Die Auktion war die sauberste Art, das Kreuz zu bekommen. Aber statt auf mein Bauchgefühl habe ich auf dich gehört. Und jetzt haben wir Konkurrenz. Na, ich hatte doch nicht mit ihm gerechnet. Oder vielleicht wolltest du ihn hervorlocken. Wieso, wieso zum Teufel sollte ich das tun? Weil du glaubst, dass du ihn brauchst. Vielleicht stimmt das. Der Punkt ist, ich bin die saubere Tour Light. Ist der Schatz hier? Finden wir ihn. Und wenn nicht, tja. Vielleicht soll es einfach nicht sein. Hey. Nimm's nicht persönlich. Na klar. Ich sag dir Bescheid, falls wir was finden. Okay. Halten wir uns lieber ran, bevor die den Schatz in Stücke sprengen. Oder anfangen rumzuknutschen. Hey, warte. Glaubst du, sie hatte recht? Womit? Dass Rave dich hervorlocken wollte. Solange er nicht die Oberhand gewinnt, wen juckt's? Ist doch unwichtig. Ja, wir sind richtig.